Okay, ich weiß jetzt, was los ist. Der Chipschlüssel, den ihr gefunden habt, gehört vermutlich zum abgestürzten Frachter. Boss, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Nein, noch nicht. Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben Ihre Spur verloren. Das klingt gar nicht gut. Sind die beiden denn okay? Ja, ich hoffe es. Wir haben schon so lange keinen Kontakt mehr zu Ihnen gehabt, dass ich mir langsam Sorgen mache. Sucht ein Terminal am Absturzort und findet alles über Veltros Pläne raus. Der Absturzort ist da drüben. Na los! Grinder, wäre es nicht toll, wenn wir den Schlüssel zu dieser ganzen Sache finden könnten? Ziemlich hell für diese Uhrzeit. Deshalb heißt es wohl auch Mitternachtssonne. B.O.W.s! Ich wusste, dass sowas passieren würde. Ach, weil es Wölfe sind und ihre Schädel nicht platzen. Rhyna! Überfluchen die Terminals! Quint! Du kannst mich doch nicht hier reinlassen! Verdammter Computer-Nerd! Na los, Grinder! Was machst du denn? Berreut dich! Was ist denn los? Da war... Da war was! Mich hat was getroffen! Was? Da! Ich wurde geschlagen! Das war der unsichtbare Mann! Ich schwör's dir! Wirklich? Ein Hunter! Er ist verschwunden! Jetzt weiß ich, was auf der Welt zu sehen war! Das war ein Geist! Eine neue Hunter-Arte! Danke für die Erklärung! Ich hab genug von dem Wissen! Worin soll ich schießen, wenn ich nichts sehen kann? Und schau! Bleiben noch? Keine Ahnung, mal sieht sie ja nicht! Oh, das ist ja Pflicht! Ah! Oh! Ah! Und noch einer weniger. Quint, wie viele noch? Ich sagte, keine Ahnung, ich sehe nichts. Das nervt total. Ich sage, keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich sage, keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich sage, keine Ahnung, ich sehe nichts. Ich glaube, es sind keine mehr da. Gehen wir zum Terminal im Flugzeug, bevor noch mehr Monster kommen. Ich sehe, keine Ahnung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich versuch mal was anderes. Nur zu, du bist gut mit Technik. Mit Frauen allerdings, naja. Grinder! Ach, was ist denn jetzt los? Wir müssen sofort das HQ kontaktieren. Das HQ? Hier ist O'Brien. Was? Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Gute Arbeit. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Sehr clever. Wie du die Daten beschafft hast. Naja, ich hätte auch die Fahrzeit der letzten Route berechnen können, aber das hätte zu lange gedauert. Deswegen sag ich ja. Sehr clever. Du verstehst nicht. Ich habe überhaupt nichts berechnet. Wir sind nicht die einzigen, die dieses Schiff suchen. Moment. Wovon redest du? Meinst du etwa, Veltroys aus dem Versteck geflogen? Und jetzt suchen sie ihr eigenes Schiff? Genau das meine ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Informationen echt sind oder nicht. Na toll. Wir haben also keinen blassen Schimmer, mit dem wir es zu tun haben. Ganz genau. Und dieses Puzzleteil müssen wir unbedingt finden. Hier, Chris. Ich halbe die Koordinaten. Das ist gar nicht so weit. Wir können schnell vor Ort sein. O'Brien, sind unterwegs. Bisher bei Resident Evil Revelations. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Direkt in den Tiefen der Hölle. Das ist ein Chipschlüssel. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachtes kommen. Was zum? Was war das? Wovon, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Das ist gar nicht so weit. Hier, Chris. Ich halbe die Koordinaten. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt. O'Brien, sind unterwegs. Das ist gar nicht so weit.